Aha, dann passt es noch besser. Denn die Disco-Fans in der ganzen Welt drehen restlos durch, wenn sie ihn hören. Und die Mädels, das weiß ich auch, die drehen restlos durch, wenn sie ihn sehen. Die goldene Europa für die Neuentdeckung des Jahres. Hier ist Hadaway! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und die Schauspielerin Tina Ruhland als Pate. Ist das wirklich für mich? Echt? Ich finde jetzt wahnsinnig viele Menschen beneid und ich bin wirklich froh, dass ich hier stehe, um dir diesen Preis zu überreichen. Die Golden Europa, Moment, ich bin noch gar nicht fertig. Das machen wir da erst später, oder? Die Golden Europa 93 für Hadeway. Congratulations. Jetzt darf ich aber auch küssen. Hast du mir versprochen? Ja. Ich sollte eigentlich erst Danke sagen zu eigentlich sehr vielen Leuten. Erst aber sehr, sehr wichtig. Die sind dabei immer. Jeder Auftritt, jeder Konzert, jeder Promo, jeder Fernsehen, jeder alles. Die sind sehr, sehr special zu mir. Nancy, Gloria, Bettina, Lisa.